Welche Eigenschaft hättest du von mir? Von dir? Also gerne, ja. Deine Tribbelstärke. Wer war als Kind dein Vorbild? Ich bin ja immer noch auf den ein Kind. Aber auf den Ronaldinho, aber jetzt Neymar. Wie holst du dich am besten nach dem Spiel? Am besten mit Eistonne und mit der Familie. Welche drei Dinge würdest du auf eine auf eine einsame Insel mitnehmen? Welche machen? Mein Handy? Oder einsame Insel? Oder mein Handy? Fußball? Okay, das ist gut. Was war dein Kult zerstreicht, den du jemandem gespielt hast? Boah, den darf man eigentlich nicht sagen. Das darf man eigentlich echt nicht sagen, aber nein. Lustig ist immer, wenn man beim Duschen auf kalt dreht einfach. Oder auf heiß. Ja, das ist, ja. Was ist dein Geheimtipp, um definitiv Fußballprofi zu werden? Um hart arbeiten und niemals aufzugehen. Workout bei dir hat. Ja, klar. Wofür gibst du meistens dein Geld aus? Ich mag Schuhe, also schöne Schuhe und gutes Essen mit Freunden. Welche Eigenschaft hättest du gerne von mir? Dein Wille. Zu verteidigen, ne? Appreciate it.